Und das ist Live Behind Bart! Hey, Reini, Reiner, Alter! Hey, moin, Matteo! Hallo! Ist das jetzt hier schon offiziell? Nein! Moin, Leute, was geht? Herzlich willkommen auf Live Behind Bart! Wir sind auf dem Weg nach Triptis. Strecke soll gut sein. Bikes sind ready. The Hype is poppin'! Hab ja extra mit den Jungs aus Triptis geschrieben. Also, die haben offen. Strecke soll gut sein. Jetzt die letzten paar Tage war zwar ein bisschen schnaubig und hart. Stirbsch. Aber die Nacht soll es geregnet haben. Von dem her gehe ich eigentlich mal davon aus, dass wir heute relativ geile Bedingungen haben. Matteo, du, da kannst du heute richtig abnecken. Ich hoffe, du... Uh, Freestyle! Ein bisschen Freestyle? Ja. Denkst du? Hast du, Junge, jetzt laufst du dir? Ich zack mir erst mal voll Ahnung. Und... Bitte! So eins in den Chat, wo Matteo sich die Schuhe holen soll. 100 Pfund Euro, Alter! Weißt du, guck mal, willst du, wie viel Bremshilfe ich dafür kriege? Ne Menge. So viel, wie du verbraust. Und doch, vor allem... Das Ding ist ja, du läufst eh nur drauf. Und... Nach einer Woche sind die Dinger sowieso wieder aus wie die. Naja. Doch. Guckt euch mal die Schuhe von Matteo an. Na, die habe ich jetzt aber auch gut getragen. Die habe ich jetzt aber... Hier sind sie jetzt langsam. Haben sie jetzt einen Geist gegeben. Theo, willst du, was jetzt noch gut wäre? Wenn du diese coole OG-Skoppel setzen wolltest. Grüße gehen raus. Boah, fieser Regenbogen-Effekt, Alter. Schade, dass es heute nicht regnet, he? Dann ist sie perfekt gerüstet. Aber meine Gabel ist glaube ich schon wieder... Also die sift leicht. Das linke Röhrchen. Die ist mir ja gestern aufgefallen. Obwohl ich es immer schön gewartet habe. Ich habe extra kleine... Hier was du gesagt hast. Guck, wenn Dreck dran ist, abmachen, bevor du wieder losfährst. Hab ich schon mal gemacht. Oh nee, du. Oh nee. Wisst du, wo er am wenigsten Schaden anrichtet? Wenn er schläft. Alles andere kostet immer Unmengen an Geld bei Matteo. Hoi! Eine Ewigkeit später. Alter, das kann ich denen sein Ernst machen. Das ist eine schöne Regenstraube, diese Rind. Da ist mir die Sitzbank weggeflogen. Du hast da die Sitzbank nicht mal richtig drin. Hä? Warte mal, warte mal. So habe ich die umgemacht. So habe ich die umgemacht. So habe ich die umgemacht. So habe ich dann hier fies Schrauben reingemacht. Weil die abgegangen sind nämlich. Ich habe die unterwegs die Schrauben verloren. Locker gegangen. Was weiß ich. Und da musste ich mir zu helfen müssen. Da habe ich mir einfach hier so Kreuzschlitz reingehauen. Alter Matteo, das kann nicht wahr sein. Aber das hält drauf. Was soll ich nicht machen? Soll ich ohne fahren? Warte mal. Das ist Werk. Das ist Factory. Gucken wir, ob noch irgendwas anderes abfällt beim Motorradfahren heute hier. Dass wir da irgendwie einen Krankenwagen rufen müssen. Okay, gut. Wir müssen jetzt hier ein bisschen weniger Gequasche machen. Dann müssen wir fahren. Sρωatst2504 Ja! Ja! Ja!" Ja! Das sei! Ja! WeOM! Wir haben viert To Backp�s! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020